Ich will gar nicht viel sagen. Danke an jeden, an die Spieler, die Betreuer und vor allem an die Fans. Das Ergebnis ist natürlich eine Enttäuschung. Ich bin stolz auf die Spieler und die Fans für all das, was sie in diesem Spiel geleistet haben. Es macht mich stolz, Valencia als Klub repräsentieren zu dürfen. Es ist schade, dass wir das Finale nicht erreicht haben. Leider gibt es so etwas wie Gerechtigkeit im Fußball nicht. Darum findet das Finale ohne uns statt. Ich will die Leistung von Sevilla nicht herunterspielen. Trotzdem finde ich, dass wir das Finale verdient hätten. Manchmal ist der Fußball einfach nicht fair. Trotz der Niederlage bin ich froh, weil ich weiß, wenn wir so weitermachen, kommen auch irgendwann die schönen Momente für uns. Man kann die Sicherheit haben, dass durch diesen Weg gute Dinge kommen.